jo leute herzlich willkommen zurück zu dead by daylight ich bin wieder als mac unterwegs und ihr seht ich bin schon ich bin schon mit der neuen maske unterwegs die hat man ja bekommen wenn man deathgarden gepreordert hat das ist der trapper ich habe schon eine falle gesehen so ich habe gerade eben auch noch eine aufnahme gemacht aber da war alles da war der ton so laut obwohl ich auf 30 gedreht hat die haupt lautstärke dann gucke ich da steht auf einmal 98 und einem menümusik war 30 eingestellt obwohl ich eigentlich unter haupt lautstärke 30 wollte und nicht unter menümusik naja auch wenn die folge da also die ich danke vorgemacht habe also da wo alles so laut war sehr gut war machen wir jetzt diese rückkunde hier und heute auch um zehn ist bin ich auf twitch live immer mittwoch um zehn wird es sein in der video beschreibung wird auch ein link sein zu meinem twitch kanal da kann ich schon mal vorbeigucken oder wenn ich live bin würde ich mich auch freuen wenn ihr mit dabei seid direkt hier vorne lau qualität mal einen jen ja der stellst du steht hier kommt leider schon zu spät ich kann ja nun eine falle kennt ja ja kann sein dass er kennt ja also nicht erwischen lassen er kennt das geht auch gleich bei den fallen am besten in den fall erwischen lassen wie kann man die maske mal genauer sehen und da jetzt der keller ist ja so wenn sie geil werden muss ich schon kommen ja schlechte qualität hier teile die heißt ja schlechte qualität qualität oder niedrige qualität er hat mich gesehen er muss erst mal eine falle aufstellen ist klar ja kommt schon mal da wurde gerettet er geht so sofort zurück genau sind halt die kämpfer zweiter gen ist durch ich glaube ich jetzt hin geht da ne ich sagte gerade jetzt hin jeder einmal ein hart am harten ausrecht aber ne stone wf ist halt auch der der noch nicht ich mache jetzt einfach den gen noch durch er kämpft eh so ein bisschen die haare backen gleich die schweben durch weg durch er kommt den kopf so musst du schon einschätzen vertreten die wenn ich nicht rum wie ich es uns auch immer machen aber hier jetzt wird die Rino das kannst du machen so hier war eine Falle dann können wir jetzt hier das gelbe Auto nehmen noch ein Generator der wird richtig kämpfen gut wenn das so ist so komm jetzt dropp ich so ich da ist das Haus aber hier haben wir gleich auch noch ein jetzt sagte ich da sogar das dachte er ich rede noch durch obwohl das nicht stimmt so ich hab noch Flink ich darf noch Flink einmal einsetzen bei Bedarf einsetzbar hier bin ich gar nicht mehr oder er hat nicht verloren weil ich ja eiserne Wille habe das Setup ich hab den Strike Flink Selbstteilung und eiserne Wille und blaue Qualität ist natürlich so war das da gerade ein Ausgangsvor kann ja sein können wir das aufmachen ne hier war keins hier war aber eins bei Bedarf bitte öffnen ne dazu richtig ach doch bei Bedarf öffnen genau ich bin gespannt wie das aussieht jetzt gerade bei dir was ist denn öffne boah ich sag jetzt kommt der weil dieses sterben lässt so der andere ist draußen wollen wir auch raus ja okay so das hier backt irgendwie seitdem ich heute mal ein bisschen Spiel eingeloggt habe so und er verlässt naja so das Spiel war gut auch wenn es an den Punkten nicht so aussah aber unseren Pip haben wir und oh Gott diese Runde sind glaube ich deutlich besser und er hatte nur brutale Stärke und er hat den Addon das erhöht gleich die Geschwindigkeit beim Auslegen von Bergen fallen und er hat 50% Bonuswutpunkte in der Hinterhalskategorie und sie hatte einfach alles und war letzter naja nochmal heute um 10 auf Twitch stream in der Videobeschreibung werde ich den Link dazu packen damit ihr da auf mein Twitch kommt und ich würde mich sehr freuen wenn ihr mit dabei seid und ja bis dahin ciao 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 ciao